Wollen Sie wirklich zur Achse der angeblich Willigen gehören, die einen starken Nationalstaat als Lösung feiern, um Herausforderungen wie Klimawandel, Digitalisierung, Welthandel, Flucht und Migration in den Griff zu bekommen? Am effektivsten, indem man Ängste der Menschen schürt und verstärkt. Was dann noch geschieht im nationalen Gegeneinander, hatten wir in unserer Geschichte schon. Das brauchen wir nie wieder. Wenn Sie ein geeintes Europa mit offenen Grenzen beenden wollen, mit neuen Grenzkontrollen, mit Schlagbäumen, mit Zäunen und mit Mauern, dann riskieren Sie nicht nur Millionen von Arbeitsplätzen in unseren Betrieben, sondern Sie stellen unseren Wohlstand schlichtweg in Frage und Sie stellen unsere Stärke in Frage und Sie stellen unsere bayerische Identität in Frage. Und das ist nicht unser Bayern, kann ich Ihnen sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.